. . Oh Gott! Timo, heute ist mal wieder eine Volley-Challenge. Ich werfe den Ball in den Rebounder. Ihr müsst den Ball sofort treffen, ohne dass der Ball vorher auftickt. Jeder von euch hat 20 Schüsse, 2 Runden. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Seid ihr bereit? Ja. Und go. Oh! Ah, warmschiebchen. 2 Ja, Schluss. Was ist das? Das soll nicht kaputt machen. Ja, aber du musst ja ins Tor, an den Latte festen bringt mir nichts. Boah! 1 zu 0. Ja, weiß ich noch nicht. 1 zu 1. 1 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. Drei, zwei. Zwei. Oh, stark. Und los. Aber warte. 4 zu 2. Ich bin das Tor. 5 zu 2. Stark. Stark. Schöner Fuß. Er ist der feste. Hast du gesehen. 6 zu 2. Und der letzte. Nein. Ha. Schöner Fuß.